Wer ist diese Frau? Und wer ist Jörg? Morgen Jutta! Morgen Jörg! Morgen Herr! Morgen Sommer, ich bin der Neue. Wer ist Michael? Guten Morgen Michael! Morgen Frau Meich! Na, geht's zur Uni? Ja, tschüss! Sei fleißig! Ja, Schnucki, ich fahr bei Aldi vorbei. Soll ich was mitbringen? Fällt dir noch was ein? Ja, das Dreilagige meinst du. Und wer ist Inge? Ich bin Olga gefragt, ob wir nicht mal wieder zu Ihnen kommen wollen. Die Abende sind total lang da. Lass uns hierbleiben. Ich bin heute aber nicht hauptsächlich wegen des Essens hier, sondern wegen deiner Depression. Und tschüss! Tschüss! Frühjahr 2017. War einer von euch schon beim Arbeitsamt? Ich noch nicht. Nee, ich auch nicht. Studenten auf Jobsuche. Ja, Michael, du weißt ja, dass momentan in deinem Bereich mit Jobs ziemlich beschissen aussehen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ein paar, sagen wir, interessante Typen. Unsere Firma wird also dieses Jahr Hauptsponsor des riesigen Karnevalsumzugs. Ein bisschen Alltag. Nein, ich kann gestern nicht. Ich habe wirklich eine Arschvoll Arbeit. Ich habe es irgendwo später noch mal. Noch mehr interessante Typen. Haben Sie denn bestimmte Interessen, Hobbys? Sie müssen die Glüsen sein, ne? Glüsen? Glüsen, sag ich doch. Morgen, Herr. Äh, Frau. Ja. Stopp. Stopp. Und auch ein paar interessante Frauen. Stopp. Glück auf. Hör mal, wo geht der jetzt zum Aufzug? Und irgendwie reden die alle ein bisschen komisch. Pottkinder. Ein Heimatfilm. Irgendwie. Ich bin ein Ruhrpottkind und ich habe Spaß dabei.